entschuldigt ganz ganz kurz kurz machen weil ihr wisst ich war ich war in österreich beim sender irgendwie nachts über die grenze aber es hat alles geklappt was ich wollte ja hier unsere show ein bisschen promoten aber was ich mitgekriegt habe ist dass die jetzt dort für den jedermann neue bultschaft suchen ja 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 ich weiß moment das ist aber ich habe es echt naja ja so hundertste der hundertste jedermann und die suchen neue bultschaft und ich habe mitgekriegt dass die jetzt echt soweit sind casting zu starten und tatsächlich den zugang slot gekriegt der läuft allerdings jetzt in der stunde aus deshalb wollte ich euch sagen aber wann können denn die österreicher mit christlings umgehen das kann ich dir nicht sagen das ist tatsächlich alles top secret und am besten ich möchte auch gar nicht auftreten weil dann wissen sie dass ich das irgendwie geleakt habe wichtig dass wir uns da tatsächlich bewerben können also jeder von euch wenn ihr bock habt wenn ihr was habt was sozusagen einer bultschaft entspricht raus damit ja weil was wollen wir in diesen zeiten machen es geht doch darum dass wir alle irgendwann mal wieder an start kommen ja wir müssen um die arbeit bohlen so ja nicht poolen bohlen aber sag mal das doch weiblich oder die bultschaft ist weiblich der jahre auch schon der jedermann ist auch schon weiblich besetzt worden nein was ja ja klar ich glaube wir wollen jetzt tatsächlich innovativ sein und immer ist das ja tatsächlich nichts mehr möglich ist gleich alles möglich doch doch das macht ja auch doch dass das macht doch sinn in der im zeitalter der frauenquote wird das gesamte ensemble mit frauen besetzt denn früher im elisabethanischen theater war es ja so dass alle rollen auch die männer immer auch die frauen von männern gespielt ich nicht das ist klar doch wir fangen an jeder spricht noch was jeder spricht was vor bei doch jetzt ja komm max max ich kann nicht vor was auch ich bin ganz kurz da sagen ich will nicht überhaupt nicht die bursche ich bin nicht bescheuert zwei auftritte verstehst du du hast keine zeit in der kantine richtig ich will die wohnschaft spielen es ist vor allen dingen ist es die 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 kleinste geschützt ist eine rolle nein es ist die größte und die geht auch nur 15 minuten ist doch eine rolle ja ich will den tod spielen wie hat unser intendant immer gesagt es gibt keine kleinen rollen es gibt nur kleine schauspieler hat er nicht gesagt hat er gesagt hat er gesagt hat er gesagt das war doch dieter dorn wir wollen hier keine namen nennen ich glaube es war werthold recht stimmt du siehst doch schon relativ alt aus gerade aber wie war das nicht ein bub liebt frech und ohne art ein mann ist großzügig und zart hart hat milde hand und steten sinn das zieht zu ihm die frauen hängen ich bin beeindruckend lisa das ist was man was man sagt das ist die intuition aber sollen wir das jetzt fürs theater spielen sag mal oder oder für den film ihr spielt es für die kamera ihr seid nah an der kamera ihr entscheidet wie weit ihr weg seid von der kamera ihr spielt es intim oder ihr geht ein wenig weiter weg in den raum hinein und spielt es für das theater für die lambert lambert sergio leone mäßig jetzt ist die chance sie war doch schon beim letzten mal da das ist auch gar nicht gut aus ich verstehe jetzt die kameramänner warum die das nicht machen das sieht nicht gut aus ich finde aber du siehst heute total cool aus den haaren und dem bart magst du an der steht sieht wirklich super aus lambert ja bitte gibt der lisa jetzt den raum kinder mit dieser red geschieht mir weh daß ich zu dir mich nicht versehen steh nicht auf grüne buben an du bist mein buben mein mann kannst du das von was du was du am schluss gespielt hast vorne mit hinnehmen die grazie wie du dich ihm anbietest und gleichzeitig aber gespielt hast mich kriegst du nicht so leicht mit dieser red geschieht mir weh daß ich zu dir ja scheiße ich hab mir den text vergessen mit dieser red geschieht mir weh daß ich zu dir mich nicht versehen steh nicht auf grüne buben an mein mann sehr schön sehr sehr schön also ich würde dich besetzen also von mir aus du sitzt doch sowieso schon drauf tag und nacht und jetzt was ist jetzt das ist dann aber in lambert jetzt darauf wenn lambert jetzt darauf antwortet aber mit dem mit jedermann setzen oder wie mit dem text im gleichen text das was bei dir angekommen ist darauf reagierst du lisa guck mal lisa ist fertig lisa trinkt schon lisa ist hat zu ende gespielt und ist in der kantine richtig und jetzt der arme kollege lambert steht auf der bühne und weiß nicht wie er reagieren soll der dritte akt läuft der dritte akt läuft mit dieser red geschieht mir weh daß ich zu dir mich nicht versehen steh nicht auf grüne du bist mein buben du bist mein buhl mein mann um christi willen was fiegt dich ein jeder mal lambert lambert kannst du es kannst du jetzt bitte mal als ein zebra spielen das an einer bus haltestelle steht aber als zebra nicht erkannt werden will Ja. Mit dieser Rede geschieht mir weh, dass ich zu dir mich nicht verseh. Steh nicht auf grüne Buben an. Du bist mein Buhl, mein Mann. Oh! Gippie! Gippie, gleich einen drauf. Moment mal. Das ist schwer jetzt, das ist zu gut alles. Mit dieser Rede tust du mir weh, von wegen, dass ich mich nach dir nicht verseh. Ich steh doch nicht auf grüne Buben an. Du bist mein Buhl, du bist mein Superman. Also ich würde dich besetzen. Super, super und jetzt, 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 äh, 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 Skippy? Ja? Jetzt möchte ich, dass du es spielst, als würdest du um dein Leben kämpfen müssen. Als würdest du, äh, es hängt alles davon ab, dass du diesen Mann bekommst. Es tut mir an der Seele weh. Aber gut, bleib dran, das ist großartig. Aber gut, bleib dran, das ist großartig. Nimm's mit, benutze es, benutze. Sag mir den Text, bitte, sag mir. Mit dieser Rede geschieht mir weh. Mit dieser Rede tust du mir weh. Dass ich zu dir mich nicht verseh. Von wegen, dass ich mich nach dir nicht verseh. Steh nicht, steh nicht auf grüne Buben an. Du bist mein Buhl, mein Mann, du bist mein Buhl, mein Mann, du bist mein Buhl, mein Mann. Super, ist weltklasse, weil wir, wir können eigentlich aufhören. Moment, 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 es fehlt doch noch jemand. Max, Max, hat auch ein Recht, mal zu Wort zu kommen. Kann man nicht herkommen. Wir stehen kurz vor dem dritten Akt. Bitte die gesamte Technik auf Max, bitte die gesamte Technik auf Max. Ich muss ja mal lesen. Also, ich würd doch mal sagen, du, weißt du, mit dieser Rede geschieht mir weh. Wenn ich zu dir mich nicht versehe, steh nicht auf grüne Buben an. Du bist mein Stuhl, mein Buhl, mein Mann, scheiße. Aber, ja, du bist auch ein Stuhl, aber auch mein Buhl, mein Mann, berlinerisch. Also, war so eine, war... Kannst du mir einen Gefallen tun, Max, spielst du es bitte mal, als wärst du ein Hund, der vier Stunden durch den englischen Garten gejoggt ist und jetzt völlig fertig ist und wirklich noch versucht, im letzten Moment als Überlebenschance diese Sätze rauszukriegen? Ich bin mir Dammann, Pippa! Hu .. Hu.. 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 Ich würde mich Cocin, mit Cocin. Ich würde mich nicht mehr sagen,ulla dich in die Garten gejoggt, die Garten gejoggt wird es mehr weh. Ich würde mich nicht mehr sagen, das wäre es nicht mehr für sie. Ich würde mich nicht mehr machen, wenn es nicht mehr für sie nicht mehr ist. Ich will den Stock. Du bist mein Stuhl. Du bist mein Bull. Ich bin mein Hund. Mein Mann. Oder. Ihr Hund kann gar nicht sprechen. Weißt du an was mich das erinnert? Weltklasse, also ich würde dich auch besetzen. Aber das erinnert total an die Simpsons. Da gibt es eine Folge, wo Knecht Ruprecht in der Hauptrolle ist. Das ist ja der Hund von den Simpsons. Und alle Hunde reden normal in Menschensprache. Und alle Menschen, also Homer, reden immer so. Kinder, ich danke euch. Es war echt sensationell. Wir haben jetzt genug Material. Ich schicke das nach Heppenheim. Das ist Hauke. Das alle kriegen, okay? Hallo Hauke, was ist denn du denn? Hallo Hauke. Hallo Hauke. Oh Gott, ist derjenige, der muss jetzt entscheiden, wer... Ist das dein verrückten Verkäufer? Das ist Muski! Das ist Muski! Muski, machst du jetzt Musik? Legst du jetzt auf? Entschuldigung, es hat aber auch keiner Zugang zu unserem Chat. Ich weiß, wie kommt der hier rein, Entschuldigung? Und Hauke, wer sind Sie denn? Wie kommen Sie denn hier überhaupt in diesen Raum rein? Hallo? Er hat fünf Mikrofone, aber man hört ihn nicht. Ja, Kambodscha. Keine Ahnung. Kinder, bevor das hier irgendwie ausandelt, ich wollte nur sagen, ich danke euch total. Und ich schicke das alles jetzt nach Heppenheim. Und dann gucken wir mal, wer... Heppenheim? Wieso nach Heppenheim? Was? Ich denke, wieso nach Heppenheim, nach Salzburg? Wer ist Hauke? Habe ich Salzburg gesagt? Ja, selbstverständlich. Wir spielen doch nicht in Heppenheim. Wir spielen in Salzburg am Dom. Am Fuße des Doms. Nein, das ist in Heppenheim. Das ist ein totales Missverständnis. Es ging die ganze Zeit um Heppenheim. Also in Heppenheim... Moment mal, Moment mal. Also in Heppenheim... Okay, Hauke, guck mal. Der Hauke hat auch noch ein Telefon. Ich wusste, warum ich den Tod spielen wollte. Ich wusste, warum ich den Tod spielen wollte. Wo du den Tod spielen wolltest in Heppenheim? Nein, ich wusste, warum ich den Tod spielen wollte. Weil's Heppenheim ist. Was ist eigentlich Heppenheim? In Heppenheim... In Heppenheim spiele ich nicht. Mir kommt das Gesicht sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ich sag mal, entschuldige mich. Ja, ich bin Lambert Gulliver. Da unten, der als Musti verkleidet ist. Es kann nur sein, dass da jemand irgendwie, weiß ich nicht, reingeraten ist. Guck mal, jetzt ist er auch eins. Ah, jetzt ist er wieder. Jetzt ist er wieder da. Ist er wieder da. Wo können Sie uns? Das ist nicht so gesagt. Das ist ein Faktotum. Ja. Der Technik nicht mächtig. Aber es ist ein ganz bekanntes Gesicht. Wobei das ist auch nicht so gesagt. Was ist ein Faktotum? Was ist das? Das ist ein Faktotum. Was ist das? Das ist ein Faktotum. Das ist ein Faktotum. Vielen Dank.